Hallo Leute, ja, da haben wir letztes Mal diese 10 Gegner ausgewählt und wollen hoffen, dass wir die irgendwie schlagen können. Bin mir aber sicher, dass wir das Spiel wahrscheinlich jetzt beenden werden, diese Runde. Aber das ist dann halt so. Dann müssen wir in der nächsten Folge nochmal anfangen und ja, mal schauen, dass hier alles so weitergeht. Aber nächstes Mal müssen wir dann halt gucken, dass wir von Anfang an was anderes vorgehen. Schauen wir mal. Okay, ich würde sagen, nach dem Logo gehen wir auf den Großbildschirm und dann gehen wir in den Großkampf. Bis gleich. So, dann wollen wir mal schauen, das war hier, mal rauszoomen, ging anders, ne? So, ich mach mal die Pause raus und wir wollen gucken, was passiert. Gut, wir sind jetzt da hoch. Kommen unsere Leute auch hierher? Ich sehe sie noch nicht. Oh, das ist keiner von uns, oder? Das ist ein Geist wahrscheinlich. Okay, hier sind sie jetzt schon mal am Leichenschauern wahrscheinlich, kriegen Angst und dann hört sie auf, oder? Okay, das ist einer von uns. Wir haben sieben, zwei und fünf. Jetzt haben wir nur noch sechs, das heißt einer ist auf jeden Fall gestorben. Okay, die Population ist, ich sehe jetzt niemanden, der uns hier, denen entgegentritt. Jetzt sagen wir es mal so. Ich weiß nicht, was sie hier jetzt machen. Plündern vielleicht. Das ist keiner von uns, oder? Doch, das ist unser Expeditionsleader. Wir haben nur noch zwei Leute. Der ist aber reingegangen, glaube ich, oder? Das sind alles die Gegner. Hier ist unser Expeditionsleader. Da kommen jetzt die anderen Gegner. Okay, ich glaube, das war's, oder? Nee, unser Expeditionsleader ist noch da, hat aber irgendwie seine Sachen verloren, oder? Wie sehe ich das? Population ist noch zwei. Population nur eins, ich denke, dann wird hier unser Expeditionsleader verstorben sein. Jetzt ist die Frage, wer ist der Letzte? Das ist wahrscheinlich ein Schalt, ja, genau so ist es. Das hier draußen irgendwo rumläuft. Und wird wahrscheinlich gleich auch umgebracht werden, gehe ich von aus. Flieht wahrscheinlich. Ja, das Problem ist, dass das Kind nicht irgendwie angreifen wird. Sieht jetzt nicht so aus, dass das noch was werden wird, ne? Die Festung wird wahrscheinlich gerade geplündert. Das Kind traut sich nicht zurück, ist auch klar. Würde am liebsten abhauen, schätze ich mal. Und das war's. Your strength has been broken. Ja, das ist klar. Und es, äh, ja. Gut, das bedeutet, diese Runde ist beendet. War leider nicht so lang. 4,46 hat's gedauert. Da hat's uns erwischt. Das heißt, wir müssen beim nächsten Vorgucken, dass wir das anders angehen. Ich weiß noch nicht wie, aber ja, werden wir mal gucken, ne? So ein bisschen schauen, dass wir da die Kräfte anders einteilen. Und, äh, ja, nicht so wie früher. Da konnte man erstmal gucken, dass man erstmal seine Grundbasis hat. Aber diesmal müssen wir wohl schauen, dass wir erstmal unser Squad haben. Und, dass sich das dann dementsprechend verhält, wenn man ein Angriff ist, ne? Ja, müssen wir mal gucken. Und dann kommen die ja relativ zügig, ne? Ich schau mal, ob ich irgendwie in den Einstellungen was falsch gemacht hab, dass die Angriffe zu stark sind oder sowas. Weiß nicht, ob's da was gibt. Sehen wir dann. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.